Wofen das Mädchen ist bei das Mädchen ist tot Idiot Weichheit Verstappen Erlödig sie Ich habe hier eine Anzeige damit der gleich aufwacht Scheiße Ich habe ganz am Anfang nicht drauf geguckt Wir können da mal die erste Folge angucken Vielleicht Gab es die da wirklich schon in den Glaskontainern Nein Ist das jetzt zu? Na tscholl Ah war ja so klar 4 Quickscope Alter Ich hab die falsche Waffe dafür Wiederholen Sofortige Evakuierung aller Mitarbeiter Au Alter ey Da saß jetzt jeder Schuss Und ich würde gerne mal Ber- Bertha Bertha Dankeschön So So Es aktiviert Aber ich benötige Ein bisschen Ein bisschen Mund Was werfen wo? David David Aus der Entfernung braucht man ja nicht mehr Zwei? Okay Jetzt ist langsam scheiße Jaja Schlag nur weiter auf mich ein Mach nur Mach nur Mach nur Niemand Piept mich Munition Munition Ah hier haben wir eine kleine Munitionskiste Gut So Was war das? Das ist grad ein Reine ausgebrochen irgendwo Ich hab's genau gehört Ja Ja Und der ist natürlich hinter mir Ja Ähm Da Ich blende dich 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 Burn Motherfucker Heiße Angelegenheit Heiße Angelegenheit Ich blende dich Ich blende dich Ich blende dich Hm Ach Scheiß drauf weiter Was haben wir hier noch? Ein schweres MG Na Endlich Okay Werden wir hinter mir bleiben Widerholen Sofortige Evakuierung aller Mitarbeiter Widerholen Sofortige Evakuierung aller Mitarbeiter Dann macht er den Scheiß doch alleine Pam Damit er das jetzt nicht gerechnet So Na Geil Widerholen Sofortige Evakuierung aller Mitarbeiter Dafür ist halt das Schwere MG einfach nur geil Geil Hier Fress Kugeln Du Arsch So Nächster Das Miner Den kriege ich Den kriege ich Oh es sind mehrere Es sind mehrere Oh Na toll Erster Tod Na schön nach 32 Minuten der erste Tod Nein Jetzt hab ich wieder die Sniper Lauf 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 Wir benutzen die Leiter Infektet. Leider keiner normalen Infizierten. Äh, geil. Ja, ich helfe ich mal. Ich finde es irgendwie sehr amüsant. Naja, wenn die sich für Dino interessieren, dann wackele ich mal hier hinter. Nein! Wieso bin ich jetzt auf einmal wieder Mode? Ah, geil. Sequenz. Hallo, Dr. Birkinson. Lass es eine gute Waffe sein. Was ist es? Hammer. Naja. Wir hoffen halt mal das Beste. Oh, scheiße. Ich stelle mich mal in den Äcker. T-103. Okay, also auf die Brust schießen. Hallo. Baum, da fällt er. Lass mich zurück in meine Äcker. Aber der Hammer ist gut. Gefällt mir. Hat zwar wenig Schuss, aber dementsprechend aber halt auch Damage. Ach, lecker. Was wollt ihr denn? So. 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 Halt doch mal die Klappe, ey. Es ist unpassend, wie du dich hier verhältst. Ja, da haben wir es nice. So. Oh, nein. Und auf die andere Seite. Und auf die andere Seite. Nochmal dann? Nein. Nein. Wieso halten wir? Na toll. T-103 Kraftbegrenzer ist an Bord. Nichts da. Oh, knackiger Popo. Kollege Schnürschuh. Autsch. Nur mal so zur Info, Mann. Das tat weh. Ja, ich glaube dann, bei sowas müssen wir ihn dann jetzt so runterhauen. Aber irgendwie fokusset er nicht an mich, das ist schon mal sehr schön. Das war der T-103 Kraftbegrenzer. Na komm schon. Jetzt aber. Das war der T-103 Kraftbegrenzer. Das war der T-103 Kraftbegrenzer. Oh, das war der T-103 Kraftbegrenzer. Oh, das war der T-104. Er darf die Stadt nicht verlassen. Ich hoffe für euch, dass ihr das wieder hinkickt. Yeah! So! Ja, so sieht doch das mal besser aus. Da brauchen wir uns jetzt nicht angucken.